Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem zweiten Video unserer Windows 8 Serie aus der ExoCAD Software möchte ich Ihnen vorstellen, wie Sie ein Offset-Käppchen anlegen und modellieren, ein- oder ausblenden oder aber die Transparenz. Einen Rechtsklick machen auf Objekte. Das wir sehen in der seitlichen Ansicht, hier über die Farbskalierung, also Radius von 1,1. Wenn ich jetzt dieses Ich bin fertig bestätige, im Explorer finde ich jetzt, Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und freue mich, Sie im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ihr Michael Anger